moin moin leute und willkommen zu einem neuen video der fleischprobleme hier so wir haben einen großen namen torbrecher den nehmen wir doch unterstützer das verschleißt okay fähigkeiten ja das ist nicht gut genug von genug von hat gern mal eisen wenn es so bei der stadt können wir erstmal nichts weiter machen war auch nichts aufrüsten er ist fast da jetzt hier mit der rekrutierung aus sollte ich bald eisenfenster bauen können noch drei runden okay ja wir können doch mal unseren jäger weiterleveln geschossstärke er kriegt das und endlich aber ich kann einen berater glaube ich verteilen wieder einer weniger ohne korruption naja fünf große namen verdienen kannst du den aufnehmen alle hat schon schweckes ok 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 ich brauche mehr fleisch die jungs ich tue was ich kann aber wir müssen in dieses lager aufschlagen also müssen nach da gleich immer hier ist man nach hier die drei weg klatschen die gibt es überall karawack ist das sagt das sind ruinen ok ja dann ist ja easy dann können wir ja dass du mal schon einnehmen ja dann müssen wir links drum kümmern ok 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 was so nicht angriffspakt nein ich will gleich erobern ich brauche mehr fleisch eure militärische überlegenheit ist in eurem bündnis offenkundig ihr seid gar so stark dass ihr eure verbündeten womöglich schon bald zu einer konföderation drängen könnt wir haben ein fleisch problem welchen jetzt flashe und eine runde fertig ok ja was kann ich für dich tun ok ok der foliant des schicksals ruft nach mir erkündet von einem weg ins reich des chaos auf dem sich der mahlstrom umgehen lässt der sterbende gott wird wieder brüllen wir müssen uns bereit machen stellt eine armee auf die den bevorsteht ok ich wohin ich bin ja jetzt fleisch von euch hoffentlich eisen wenn es da kann ich jetzt bauen sehr gut aber gerne mal löwen und dann zwei eisen wenn es dann gucken wir uns noch mal eben das zwergen dürfte dürfte dann ist also schön es gibt nichts neues ok dort noch sieben runden ob die alle verhungern was kann ich denn dagegen machen ob die ganze armee weg ist what the fuck die dürften nicht sterben ja weg mit denen 214 der muss die aufnehmen der hat ganz viel fleisch oh mein gott sehr gut meine eisen wennste gerettet ok da muss erst wieder erst wieder fleisch fahren anscheinend ach gott sehr gut so so du läufst jetzt hier runter ne du nicht so zwei runden warten ne ich denke nicht und so können wir dann lager aufbauen ja machen wir auch so so ihr könnt eure lager ausbauen damit sie eure plündernden truppen besser unterstützen generiert fleisch aufstellen die hungrige gemäuler stopfen können ok äh truppen bauen fleisch ähm für mehr haben wir keine bevölkerung ok wir haben gerade so ein kleines fleisch problem willst du ne nein gebe es nicht ja fleisch ja fleisch ok ok ähm das kann ich alles nicht machen ok 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 so etwas neues bauen yes plus plus wachstum habe ich aber schon intensivvorräte chancen minus seuche wer ist das wohl glaube ich das vernünftigste ok so er rennt weiter runter jetzt fleisch am generieren ok ok gut weiter geht's weiter geht's weiter geht's weiter geht's was willst du ist 86 ok ok ja ja schnauze ja ja schnauze so so weil wir wollen ja hier das hier haben der feuerrache 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 ja mach die persiedlung die da haben oh mein so gute gute generiertes einkommen kämpfen gewonnenes fleisch plus lager wachstum das ist das was ich haben will so hier nix bauen da nix bauen sklaven entdeckt sklaven entdeckt hier hier schaust du auf die gebt mein herr lich shit Die Sklaven sind von Sklaven befallen. Die Legenden erzählten von den Sklaven, die Rattenmenschen unter zerstörten Stinkengraben. Es scheint, als wären diese Legenden da. Okay. Krass. Boss over Bosses. Must face. Ja, nächste Runde. Ja, ich glaube, wir gehen wieder. Eure Armee ist so weit marschiert, wie sie nur kann, mein Herr. Die Füße. So. Ähm. Also, ich meine, ich habe gut Geld, aber ich habe aktuell ein großes Fleischproblem. Gehen wir da an die Grimmenspitze. So, ich möchte... Gucken wir, was denn da hochgeht. Da schon braucht zwei. Okay. Wie produziere ich denn? Plus acht. Ich will es mal so machen. Ähm. Das ist ein Akkabangriff. So. Sie haben es unten rechts Krieg und oben links. Okay. Wir wehren Gott, brüllt auf. Ein Todesröcheln, das durch alle Dimensionen haltet. Ja, ich höre es. Alkane Energien toben durch das Reich der Sterblichen und erschaffen Risse in der Realität, die in die Reiche des Chaos führen. Aha. Der Foliant des Schicksals weiß alles. Die Risse sind unsere Chance, in die Reiche des Chaos zu gelangen. So werde ich mir meine Bezahlung verdienen. Doch eine solche Pforte geht stets in zwei Richtungen. Wir mögen die Risse als Weg ins Reich des Chaos oder in ferne Winkel der Welt nutzen können. Doch wir müssen jene schließen, die wir nicht zwingend benötigen, damit die hervorströmende Dämonenflut unserer Lande nicht in Verderbnis taugt. Gut zu wissen. So, ich will da hin. Du bist der Nörgel. Aha. Oh Gott. Gut, dann klötschen wir die kurz weg. Und dann kümmern wir uns um die Risse, die jetzt da überall erschienen sind. Das wird man ja easy gewinnen. Tja, im Amklavel-Kavallery-Trupp müssen wir da, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Aber wir haben auch zweimal Löwen. Das sollte kein Thema sein. So. Was geht denn, Magie für günstige Winde? Nee. Aufstellung startet. Okay. Eure Soldaten sind für den Kampf bereit, mein Herr. Sie erwarten eure Befehle. Ja, ja. Eure Soldaten sind für die Risse. Das ist eine Barrikade, ne? Ich glaube, meine Löwis kommt. Ja, genau. Ich bin ein guter Plan. ist er drauf da da der und Kommt ihr da jetzt bitte mal durch? Ich habe keine ahnung wie die schlacht läuft ja ganz gut Können wir nochmal da rein chargen? Er dürfte auch schießen Ich habe keine ahnung wie die schlacht 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 Ich habe keine ahnung wie die Schlechtel Der letzte Hirn? Hä? Komisch. So, jetzt holt er aus die Jungs und haut das mal eben weg. I'll smell ya! Biggest in the tribe! Manchum! Get it done! Consider it done! Leader of Gucci's! Ogres! This way! Okay. Ähm. Gut, den Fack hat man halt nur noch rein. Bitte mal da abreißen. Pass me, Master! Yeah, yeah! Hungry! Job, Lars! Take it home! Wollen einfach nicht sterben, die Oga-Bullen. Die sind jetzt sofort durch. So, pushen, pushen, pushen. Sieg! Sieg! Sehr gut! Haben wir das Städtchen hier auch noch geholt. Gefecht beenden, Gefecht beenden. So. Haben wir sogar gar nicht so viel verloren. Der Gegner hat zwar auch nicht. Jetzt ist eine Kavalerie-Einheit. Aber ist ja schon mal gut. Dann haben wir die Stadt jetzt. So. Warten, warten, warten. Ja, komm, lad das bisschen jetzt noch. Kann ja nicht so schwer sein. So. Ja, komm, hast du geschafft. Dann verwalten wir die Stadt eben noch. Klapper Sieg. Besetzen. Es ist das Haus. Es ist das Haus. Schlau, Master. Schlau, Master. Schlau, Master. Schlau, Master. Schlau, Master. Ich mache mich jetzt hier. In die Gegenwart. Was nehmen wir denn? Bisschen zaubern. So. Feuer, Rachen. Ja, die gehen jetzt zusammen. Ok, dann räuchen wir das halt ab. So. Eigentlich ist es lassen? Was jetzt ist das Lager? Ich würde was Neues bauen. Kampfgebäude ist Fleisch. Generiert das Einkommen. Generieren. Unterhalt für alle Einheiten. Ah, hier können wir jetzt hier richtig das nehmen. Ist ja Hauptsiedlungsgebäude. Blau. Was? Was ist denn mein Hauptsiedlungsgebäude? Hier. Okay. Bin für mehr gewonnenes Fleisch. Kann ich hier noch irgendwas machen? Sieht nicht da raus. 3, 4, 5, 6, 7, 8? Fragezeichen. Weil ich hätte schon auch gerne so reisen willst du? Äh, 5 Runden. Ah ja. Ist ja nur einer, hä? Äh, ich kann den auch nicht wegklatschen. Rüsse können von Armkommandant oder Helden betreten oder geschlossen werden. Ich möchte ihn gerne schließen. Rüsse können von Armkommandant oder Helden betreten. Wer in die Reiche des Kamm- Rüsse schließen. Schließen. Okay, dann kämpfen wir nochmal einmal gegen die Nurgle. Okay, ich dachte wir schließen es einfach und dann ist gut. Äh, was haben wir denn? Gar keine so krasse Armee. Gut, aber ich glaube die haben ja nur ein paar Einheiten. Die alle ganz schön hässlich aussehen by the way. Okay. Die Trocknen, die euer Feind zu Felde führt sind zahlreich und vielfältig. Wenn ihr in der Schlacht obsiegen wollt müsst ihr ihre Stärken und Schwächen kennen. Kenn ich aber nicht. Dieses Gerande erlaubt dem Feind sich verdeckt zu bewegen. Wir müssen achtsam sein. Ich gehe. Ich schmier mich. So hässliche Fliegeeinheiten, die die haben. Was sind das denn für Riesenbienen? What the fuck? Okay. Ja, ich habe Fernkämpfe mit. Sollte nicht das Problem werden. Sehr gut. Leider schon ganz schön hässlich. Hässliche Zombies, okay? So, ihr kümmert euch da um die komischen Fliegen bitte. Werft die ruhig mit Messern. Hörnenschmelz. Minus Führerschaft. Bullenherz. Fliegen. Oh, fliegen. Läuft gut. er kommt schon vorfliegen endlich tote soll jetzt hier von hinten schon rein wo er ist schon silber keiner will keiner pinnt hier so braucht er schön über den berg werfen bist du eigentlich für ein hässlorn immer schön mit dem sperr da rein jungs jawohl ha da kommt mein held rennt ihn einfach nieder sehr gut war eine backpfeife also noch mal mit dem schwert ausholen zack sehr gut ist denn das hier so komisch jemand verkehrt nicht hier so attacke der komische hält da wie das führerschaft ihren ekligen gift da immer den helden umbringen sieht sehr gut aus sehr gut okay haben die nörgeln weggeklatscht jetzt bin ich schon mal sehr gut und wir wissen jetzt über die dinge abschließen dann kommt immer so ein kleiner trupp raus äschen halten ähm ja, Geld für drei weiterkampf besiegt Moibien ähm, Fähigkeiten Brüllenherz Spiräne Gegenwart Okay Dann gucken wir uns mal hier kurz die Armee an Ah, okay ist mir ein begrenztes Event also ein zeitbegrenztes Event Verstehe Okay Dann Ist unser Reich bisher Okay, also wir haben hier noch eine und da noch eine Okay Schwarz fang ich mich hier noch holen Okay Dann war's das für heute Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal